Nummer 5. Mit seinem universellen Aufsatz mit 43 mm Durchmesser ist dieser Bohrständer an die meisten auf dem Markt erhältlichen Elektrobohrmaschinen anpassbar. Egal, ob sie ein Profi oder ein einfacher Enthusiast sind, er ist so konzipiert, dass er alle ihre Bedürfnisse erfüllt. Seine Säule mit einem Durchmesser von 4 cm sorgt für die nötige Stabilität beim Bohren. Die verstellbare Höhe von 42 cm gibt Ihnen außerdem die Möglichkeit, die Bohrmaschine an die Größe Ihrer Projekte anzupassen. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 4. Die in Deutschland hergestellte KWB-Säulenzwinge ist eine vielseitige und zuverlässige Lösung für Heimwerker und Bastler. Ihr Hauptmerkmal sind die beiden Säulen, die von 45 bis 90 Grad geschwenkt werden können und eine Vielzahl von Bearbeitungsmöglichkeiten bieten. Darüber hinaus garantiert der Spannhals mit einem Durchmesser von 43 mm einen sicheren und stabilen Halt auf allen Arten von Oberflächen. Eines der interessantesten Merkmale dieser Zwinge ist die Tiefenverstellung für die Serienbearbeitung, die präzise und gleichmäßige Ergebnisse ermöglicht. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Die Dremel Workstation ist ein echtes Schmuckstück für Modellbauer und passionierte Bastler. Dieses multifunktionale Elektrowerkzeug bietet eine Reihe von Optionen, die das Basteln erleichtern und mehr Spaß machen. Mit seinen 220 Watt Leistung kann es verschiedene Funktionen ausführen, vom Bohren über das Schleifen bis hin zum Fräsen. Die Winkeleinstellung von bis zu 90 Grad ermöglicht es Ihnen, Werkstücke mit komplizierten Winkeln zu bearbeiten und dabei unvergleichlich präzise Ergebnisse zu erzielen. Das auffälligste Merkmal dieser Arbeitsstation ist jedoch die Magnetringhalterung an der Oberseite. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 2. Dieses vielseitige und praktische Werkzeug mit seinen einstellbaren Funktionen und den kompakten Abmessungen von 32 x 15,5 x 15 cm bietet eine breite Palette von Möglichkeiten im Bereich des Bohrens. Die Skala und die zwei verstellbaren Säulen ermöglichen ein präzises und professionelles Bohren, sowohl horizontal als auch vertikal. Dank des Schwenkbereichs von 0 bis 45 Grad lassen sich auch schräge Bohrungen problemlos ausführen. Der Sockel des Ständers ist mit vier Schraublöchern ausgestattet und sorgt so für Stabilität und einen festen Halt während der Benutzung. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 1. Der Bohrständer GCR 180 von Bosch ist der perfekte Verbündete für alle, die mit Kernbohrern arbeiten. Mit seinem Markenzeichen, der Qualität und Zuverlässigkeit, hat Bosch ein professionelles Modell geschaffen, das Sie sicher nicht enttäuschen wird. Dank seiner soliden und langlebigen Konstruktion hält dieser Bohrständer einem Gewicht von ca. 9,5 kg stand und ist somit auch für die anspruchsvollsten Anforderungen in der Praxis geeignet. Die Bohreraufnahme mit einem Durchmesser von 180 mm macht ihn außerdem vielseitig einsetzbar und für verschiedene Arbeitssituationen geeignet. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung.